Wohin wirst du gehen? Was wirst du erreichen? Es liegt ganz bei dir. Das ist dein Abenteuer, deine Reise, deine eigene Schatzsuche. Weite Naturlandschaften und Städte voller Trubel erwarten dich hier in der Paldea Region. Deine Reise beginnt mit der Einschreibung an der Akademie im Zentrum von Paldea. Hier an der Akademie triffst du deine Lehrer, Mitschüler und auch ältere Schüler. Der Direktor der Akademie, Clavel, wird zur freien Projektarbeit aufrufen. Die Schatzsuche. Und so beginnt deine Suche nach einem Schatz, den du vielleicht nie mehr weggeben möchtest. Zunächst wählst du dein erstes Partner-Pokémon. Filori, Kropel oder Quax. Auch die legendären Pokémon Choraidon oder Miraidon helfen dir auf deinen Reisen. Mit Hilfe deiner Pokémon wirst du mehr und mehr Orte erkunden können. Du kannst Paldea auf jede Art erforschen, die dir gefällt. Wo es hingeht, ist allein deine Entscheidung. Du kannst gemeinsam mit bis zu drei anderen Spielern auf die Reise gehen, lokal oder online. An jeder Ecke wartet etwas Neues auf dich. Besiege die Arenaleiter der Pokémon-Arenen. Es gibt insgesamt acht Arenen, die du dir in beliebiger Reihenfolge vornehmen kannst. Team Star ist eine Gruppe Unruhestifter, die der Akademie Probleme bereiten. Suche ihr Versteck auf und besiege jeden dieser Störenfriede, die sich dir in den Weg stellen. Begrüße Pepper, einen Schüler im Jahrgang über dir, der seltene Gewürze sucht. Begleite ihn auf seiner Suche nach den mysteriösen Geheimgewürzen, die in der Paldea-Region zu finden sein sollen. In Paldea begegnest du allen Arten von Pokémon. Ferculi nutzt seinen unfehlbaren Geruchssinn zur Nahrungssuche. Hefels Haut fühlt sich feucht und glatt an. Kolowal besitzt einen massiven Körper und harte Hörnern. Das Paldea Felino lebt an Land und sein Körper ist umgeben von einer giftigen Schleimschicht. Näherst du dich einem wilden Pokémon, wird ein Kampf gestartet. Du kannst dein Pokémon auch von selbst Kämpfe ausfechten lassen. Terra-Kristallisierung ist der Schlüssel zum Sieg. Dieses Phänomen findet sich nur in der Paldea-Region und lässt Pokémon funkeln wie Edelsteine. Es kann auch dessen Attacken stärken. Terra-Kristallisierung ist bei jedem Pokémon möglich. Manche ändern dabei sogar ihren Typ. Diese besonderen Pokémon können in Terra-Raids gefangen werden, an denen du mit bis zu drei weiteren Spielern teilnehmen kannst. Schließt euch zusammen, um zu siegen und das wilde Terra-Kristall-Pokémon zu fangen. Halte besondere Momente deines Abenteuers mit der Kamera fest. Auf deinen Reisen hast du jederzeit Zugriff auf sie. Neuer Look gefällig? In einem Friseursalon kannst du deine Frisur und dein Aussehen ändern. Und mach doch auch gleich ein Foto mit deinem Pokémon. Fotos kannst du auch in der Profil-App verwenden und dein eigenes Profil erstellen. Veranstalte ein Picknick mit deinen Pokémon und verbringe Zeit mit ihnen. Wasche sie oder bereite mit ihnen leckere Sandwiches zu. Diese gemeinsamen Aktivitäten stärken eure Freundschaft. Die Paldea-Region ruft. Welche Chefs erhält sie bereit? Pokémon Karmesin und Pokémon Kourkour. Ab 18. November. Nur für Nintendo Switch erhältlich. Die digitale Version ist im Nintendo eShop verfügbar.